Ja, gleich ein Body-Suit, ey. Was? Regner? Nein, 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 falsch passt. Entschuldigung. 301, 301, wo bist du? Noch eine Flatline. Sieht aus wie ein Esel, aber kein Treffer. Auch falls einer herkommt. Spitfire schnell gegriffen. Ja, ich hab die P-E-R-E. Da musst du ja noch Pistolen-Schaden machen, ne? Jo. Spitfire wieder weggelegt. Danke, Schätzchen. Mach dir keine Sachen, Mädchen. Einen ist noch. Für der Hülseer. Aber sowas von... Hey Marvin! Oh, lila. Weiß. Hier ist ein Helm, Stufe 2. Danke. Wie gesagt? Ich hätte doch irgendwo was Goldenes gesehen. Ja, ein erweitertes schweres Magazin. Ja, cool. Ich hab gedacht, ja... Dings. Ah. Ähm... 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 Amboss. Ähm... 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 Ich glaub, ich hab ihn über mir gesehen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ich hab jetzt beim Reinlaufen nichts gesehen. Ich hab jetzt beim Reinlaufen nichts gesehen. Ich hab jetzt beim Reinlaufen nichts gesehen. Ja, kurz was am Fenster aufblitz gesehen. Aber ich weiß nicht, ob es halt ne Lamelle war oder... Das Visier. Die gibt's noch mit lila Bodysuit. Ach, der ist draußen mit Bodysuit. Immer kurz raus. Ja. Wie gesagt, das war so Augenwinkel. Mhm. Da weiß man halt immer nicht, ne? Ja. Ja. Ja, hier oben ist die Tür auf. Ja, das war er. Was war denn? Dann hatte ich ihn doch gesehen. Wird er hier irgendwo sein? Vielleicht runter? Hm. Die Frage ist wo und... Ich hab ja auch keine Steps da gehört. Ja, dann lass uns ne Zone weiterlaufen. Mhm. Dann ist er bestimmt nach hinten raus, als wir dann rein sind. Ja. 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 Da läuft er. Uuuuh! Jawoll! Wir haben den ganzen Squat ausgeschaltet. Der Squat ist erledigt. Jede Minute stößt. Ein Idiot. Lade nach! Ja dann lass uns laufen. Ich hab nämlich nur noch schnell Muni rausgewunkelt. Ja. Oh das gibt doch wieder einen Britz. Oh da oben läuft einer. Zwei. Ja lass sie laufen. Ja ja. Entschuldigung. Ah das sollten wir noch schaffen. Nur die sind jetzt hier links. Mhm. Hier wurde irgendwo über mir was gemacht. Mhm. Oh jetzt muss ich mich erstmal quatschillen. Geh ein bisschen weiter runter. Geh ein bisschen weiter runter. Sekunde. Lade Filde auf. Falls da irgendwie einer hochkommt. Sag ich doch. Ah. Ab ihn. Komplett reingerotzt. Danke für den Rucksack. Bis zum nächsten Ring ist es noch ein Stück. Zack. Zack, zack. Ambros im Finger. Mega nice. Okay. Komm hier auch hoch. Mach dich erstmal wieder heile. Ja. Vorne habe ich nämlich schon wieder Schüsse gehört. Lade meine Schilder auf. Okay. Ich habe es doch gesagt weißt du. Mhm. War doch. Ich bin der Meinung dass da einer war. Ich bin der Meinung dass da einer war. Dort hinter. Er wieder der Augenwinkel weißt du. Mhm. Na der hatte dich eben schon nicht getäuscht. Ja. Ich guck nochmal auf der anderen Seite. Hier. Nicht dass wir da. Gebetenen Gäste jetzt hier haben. Ja. Ich decke nur hinten ab. Ne. Hier vorne ist keiner. Okay. Du? Ne ist keiner. Gut. Lieber daneben liegen als dann. Mhm. Ich habe kurz aufgemacht weil ich mir das Ziel Package geholt habe. Okay. 45 Sekunden. Ring ist nicht weit weg. Halbe Minute. têm nicht weit weg. Halbe Minute. Geringe Entfernung zum Ring. Noch 10. Keiner von uns ist im Ring und eine Mauer des Todes kommt auf uns zu. Jaja, lass doch den Ring des Todes zu uns kommen. Ja, ne? Auch nix weltbewegendes. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Beide ganz schön mit dem Kampf macht da hinten. Da läuft einer hoch. Hier finden wir bestimmt was Gutes. Im Einzelne. Mal hier warten. Wegen Nachzügler. Sonst hängen wir uns im Rücken. Hm. Darauf bin ich dann auch nicht so versessen. Nee, Rücken ist immer gemein. Siehste, da ist einer. Hm, da hinten. Und der andere auch. Ah. Replicator nähert sich. Basteln wir uns was hübsches. Kann die jetzt zu uns hochkommen oder geht der da rein? Ah, die sind da reingegangen. Gut. Dann können wir hier weiter laufen. So. Joa, will ich auch sagen. Da drüben ist noch zu. Das sind Versorgungsbehälter. Ja. Ah, sehr schön. Vielleicht ist noch was hübsches. Das müsste ein goldener Rucksack sein. Im Care Paket. Und ein goldener Helm, glaube ich. Bist du von links? Ja. Oh. Sehr nahe links bist du? Ja. Ach nee, das ist ein Scope. Das ist ein großes Scope. Ah, da kommt man nicht. Nur so ein bisschen um die... Ja, da vorne sind sie. Ja, sie kommen. Ich habe ihn gesehen. Jo, da brenne ich gerade einen nieder. Auf den habe ich auch gerade geschossen. Schade. 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 Da kam jetzt noch der andere. Ich hatte den Typen da stehen sehen und ich habe gedacht, du hast den gesehen. Nee. Weil ich auch noch auf ihn geschossen habe. was ich noch... Ich habe das mal mit mir lassen über mich. Und jetzt... ich habe das gerne.